Kann ich tatsächlich nicht mehr da arbeiten? Okay, ähm... Ach, wir haben jetzt unser cooles Hoverboard hier. Ich find das super cool. Achso, okay, ich kann das einfach dadurch bewegen. Oh, warte. Es ist halt einfach ein fucking Hoverboard. Kann man jetzt... Mein Gott, ja, ist gut. So richtig enge Kurven sind schwierig. So, wir wollen zurück zu Titania, ne? Also unsere Heimat, den sie so gesehen. Wo ist er denn da? Die Soulpoint... Uh oh. Uh oh. Uh oh. Ah! Okay. Ne, vergiss es. Uh oh. Uh oh. Okay, hier kann ich noch nicht. Also in diesem kleinen Zwischengebiet wahrscheinlich sowieso nicht, geh ich mal von aus. Weil es einfach auch zu klein ist. Logisch. Und hier kann ich auch noch nicht, weil ich hier den Punkt nicht habe. Halt die Klappe an. Hallo. Ich will da oben lang. Oh, ich habe verkackt es. Ja, ja, komm. Der bitte wenigstens schnell. Du kannst ja auf, du kannst noch nicht hochwerten. Joach. Hält die Klappe. Ah. Der bitte noch nicht. Dein Tasse runter. Okay. Dein Tasse runter. Dein Tasse runter. Und jetzt mittlerweile will ich auch. Therein Tasse runter. Oh. Seit. Oh. Da hinten ist Jewe. Den habe ich absolut noch nicht gesehen. Oh, eine Fluorid-Streife. Oh, Schleife. Mehr Genauigkeit, weniger Magic Damage. No. Wait, no. Oh, guck mal, da oben ist der Erdenpunkt. Den snacken wir uns doch, damit wir hier auch schön durch die Gegend per Esen pacen können. Oh, geht mir doch nicht alle auf den Keks. Oh, eine Fresse. Oh, jetzt könnt ihr mich mal kreuzweisen. Ne. So. Oh, was haben wir denn hier? Oh, gott of. Oh, gott of. Oh, gott of. So, doch mal. Oh, gott. Ich habe einen Brief. Brief? Vielleicht hier die Nachricht des Briefs. Was ist denn hier? Okay. すみませんっす。 ノル様人形って? 大昔に4聖種の聖殿で配られてた人形で、4つ全部集めると幸せになれると言われたそうっす。 現存するのは赤、青、緑、黒の4個だけらしいっす。 情報もほとんどないし、大変なっすよ。 聖種の人形ということは、イズルトで売られていたアメノチ人形のようなものなのでしょうか? 似てるらしいっすが、あんなあんにおいじゃなくて、けんなり?うんざり? ん、なんかそんなのっす。 はんなり、じゃろ? そう、そうです!はんなりっす! はんなり、ですか? 海賊が神頼みの人形を集めたわのう。そんなものが死神の呪いに効くのかえ? 別に本気で信じているわけじゃないが、万が一にも本当なら、あいつは安心して暮らせる。 あいつ? ねえ、アイゼンが手紙を送ったあいつって、女の人なんだよね? 何だよ、お前。そういうことにも興味が出てきたのか。 ち、違うよ!恋人とかそういうことじゃなくて、すごく大人に見えたっていうか。 ん? 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 かんぐるな。 妹妹だ。 アイゼンには妹がいたんだ。 たったひとりの家族だ。 わけあって離れてくらしている。 そりゃあ、兄貴が死神だわのう。 マギー! マギー! イゼンはトランニャンを割ったんだ。 いいのか? うん。 よろしく頑張って。 ... Ich habe auch einen großen 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 großen. Aber so ist es so, wie es das Problem ist. Ich habe das ganze Zeit, dass das so viel危機 ist. Ich habe das ganze Welt, das ist einfach nicht so危險. Der Krieg der dachtigen, der der Dachstattung, der der Dachstattung ist, ist es um beide mit der Dachstattung. Ich habe nur noch einen Bezügel gehalten. Ich habe eher einen Schuss, wenn ich so einen Schuss mit dem Lacken bin. Das ist so. Und so, dass alle anderen, die sich so einen großen 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 gehalten. Ah, das war richtig. Das ist ein Geflug. Nein, ich bin nicht so. Wenn man mit einem Menschen leben will, die Kinder befreundlich sind. Das ist eine Wälder. Aber ich glaube, Aizen ist ein Geflug? Das ist ein Geflug. Ich bin mit dem Freund, in der Nähe des Ritter im Meer. Ich bin eine Gefluggericht. Wir sind ein Gefluggericht. Ich bin ein Gefluggericht. Ich bin ein Gefluggericht. Hahaha Ja. Nein, so läuft das definitiv nicht. Oh, jetzt kann ich auch noch... Oh, das geht auch in Städten. Aphrodite-Scherpe, was zum Hinker? Krass, wie viel Leben die wegnimmt. Äh, wie viel Leben, wie viel Magic Damage. Das ist hart. Äh, nee, zerlegen. Wer hat denn... Das Tier des Kriegers gestattet, der unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz von Kriegsart-Derivaten, okay. Oder weil Kriegsart-Derivate sind. Hochgerüstete Hellbadisten. Äh, da. Bringt die Kosten von Arzt-Basient auf ihrer Stufe... Äh, nee, okay. Das tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen müde rüberkomme. Ich bin leider heute ein bisschen ausgepowert. Aus privaten Gründen. Die angeln, da kann ich ja auch einfach angeln. Ich will auch mal wieder angeln. Kein Angling, for me anscheinend. Ist ja ärgerlich. Ich kann noch mit dem Bord hier rumfahren. So, dann wieder zurück nach Titania. Ich kann noch mit dem Bord hier rum! Ich werde mich überraschend machen. Ich bitte. Leifeset, du auch. Ich bin gut. Ich muss jetzt noch einmal einen Kuma finden. Ich werde dich noch einmal nachschauen. Fähigkeit erlernen, dann geht's zu Trainings. Und nochmal. Stur wie Eon die Efi. Oh, wait. Und unten ist der Hoverboard-Point. Schließlich ein bisschen üben, ne? So. Muss ich jetzt mit ihm wieder da unten runter? Okay, also für enge Gänge ist das Ding halt absolut ungeeignet, ne? Aber ist sowas von ungeeignet. Das gibt's gar nicht. Das war zu früh. Oh. Na, Kurohane. Kigite kre jo. Mata Guchi ka? Mata te yu na jo. Ore wa Velvete ya kaizoko domo ni Kizuki ya nimots hakobe da Anno shima itte koi da te Kifệt. Kifkhora li hat bushi. W h mentioned Kifının 型 Ich kann eben deutlich verrate Gツ A Kif Mal Z Pic Y W Wie sehen Sie, dass Sie nicht wissen, dass Sie einfach nur mit einem Schraub machen können, um die Schraub machen zu können. Es ist nicht so schön, dass es die Karte ist. Ich habe keine Karte, aber... Hehehe, das ist ein Karte. Wenn Sie sich nicht mehr als Kind verwendet haben, ist es nicht so gut, oder? Ich habe nur die Karte zu denken. Untertitelung des ZDF, 2020 Hm. Hm. Äh. Pff. Pff. Das war schon ein bisschen dämlich. So, warte mal. Was sind hier jetzt drinnen? Müdigkeitswehr, okay. Da, 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 da. Hm. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich hier richtig bin. Ich laufe jetzt einfach mal lang. Aber ich glaube schon. Ich muss definitiv einfach immer weiter nach unten laufen. Das ist ja safe. Und jetzt muss ich hier rechts lang, glaube. Open the gate. Ja. Definitiv richtig. Ich. So. Hm. 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 Ja. 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 Äh. Gefängnisinsel hinter docks. Äh. Äh. Falschen docks. So. Okay aber, ich glaube ich brauche ich hier nicht zu weit. Dann die hier unten ist nur ein. Äh, welche verbreiten, wenn ihr euch ausruhen wollt? Achso, nein. Deswegen ist das ein Ding, Sockham. Gut, dann gehen wir jetzt einmal noch mal kurz auf die andere Seite rüber. Ah, ist das Ding schwer zu steuern, ey. Für gerade Strecken ist es halt sehr, sehr gut geeignet. Das ist definitiv. So. Ich glaube, jetzt muss ich nach hier. Bin mir nicht sicher. Aber ja, das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt muss ich nach hier. Ja. wir haben also einen plan das gucke ich mir jetzt gerade nicht mehr an sondern jetzt hier mal kurz ein cut machen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder da rein